Was geht ab, meine liebe Freunde und willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Leute, wir geben uns den neuen Track von Elif. Ich freue mich sehr, sehr doll drauf, Freunde. Ihr wisst, ich bin ein kleiner, kleiner, kleiner Elif-Fan. Ähm, wir schauen uns ein. Äh, Elif kann das bitte so bleiben. Ich glaube, dass das auch zu ihrem neuen Album Nacht ist. Äh, ja, Album Nacht, Freunde. Ich werde euch natürlich den Link zur Vorbestellung in die Beschreibung packen. Der Titel ist jetzt auch öffentlich bekannt. Ähm, ich freue mich drauf, Alter. Ich freue mich sehr, sehr doll drauf. Ich bin sehr gespannt auf das Album. Das, was wir bis jetzt gehört haben, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und, äh, ich bin wirklich gespannt auf das Album. Ich glaube, da werden wir auch eine Album-Raction zu machen, wo wir uns alles, äh, zusammen reinziehen werden und wo wir alles zusammen komplett uns anhören werden. Ähm, links im Original in der Beschreibung, Leute, pusht das Ding nochmal in den Trends ein bisschen nach oben und vergesst nicht auf Amazon die Box vorzubestellen, falls es eine Box gibt. Ähm, werde ich euch sie, wie gesagt, in die Beschreibung packen. Wir hören rein, Freunde. Ich bin sehr gespannt. Los geht's. Oh, geil gemacht. Geil gemacht. Das Song kam logischerweise um 0 Uhr raus. Das fängt an mit einem unglaublich, unglaublich schönen Gesicht. Mit einem unglaublich schönen Shot, ähm, auf ein unglaublich schönes Gesicht. Chico Worldwide. Ganz kurz produziert ist das Ganze von, ähm, wichtig Credits zu geben, Freunde. Ähm, äh, 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 äh. Oh, diese softe Stimme. Diese softe Stimme. Oh, ey, was eine schöne Atmosphäre einfach. Das gibt einem so ein krasses Freiheitsgefühl, finde ich irgendwie gerade. Oh, oh, den Einstieg. Oh, wie sie immer hochgeht. Haben keinen Plan und dann noch ein bisschen weiter nach oben geht's. Unglaublich schön, Freunde. Was tun ihr nicht wissen? Eigentlich logischerweise war ich das im Auto. Sie haben aber nachträglich, weil ich mit den Vertragsbedingungen nicht einverstanden war nach dem Videodreh, mit Facetracking und alles andere noch ein anderes Double hier reingeschnitten. Aber in den Originalaufnahmen war logischerweise ich mit dir an der Seite. Oh, das ist unglaublich schön. Wir haben das noch ein bisschen gedubbelt, wo sie noch ein bisschen lauter, ein bisschen melodischer wird. Das ist bis jetzt vom ganzen Album und auch von den Songs, die ich von Elif an sich so kenne. Der Song, der am, wie soll ich sagen, am hellsten noch ist. Am hellsten ist. Nicht nur von der Stimmlage, sie hat eine deutlich höhere und softere Stimme an einigen Stellen als sonst. Und nicht ganz so kraftvoll, nicht so impulsiv bis jetzt. Sondern auch einfach von der Atmosphäre und vom Feeling her, das sie hier transportiert. Alles viel, viel... Ach, wie soll ich sagen? Es fühlt sich so richtig schön, leicht und frei an. Auch wie sie am Tanzen ist. Sie ist wirklich glücklich in diesem Video gerade. Ja, der Beat ist auch wunderschön. Der Beat ist wunderschön. Lass uns bitte so bleiben. Offene Haare, Nacht zu Ende. Zeit zu wachsen, volle Hände. Die ersten Sonnenstrahlen. Fallen in mein Gesicht. Oh, wie schön das war. Ah, ach Leute. Die ersten Sonnenstrahlen. Fallen in mein Gesicht. Zwei Bettzimmer, Deckenlampe. Wasserflaschen von der Tanke. Zeit vergessen, keine Fragen. Wortlos glücklich, schon seit Tagen. Ey, wirklich schön. Wortlos glücklich, schon seit Tagen. Ist auch einfach eine so schöne Symbolik irgendwie. Wortlos glücklich, schon seit Tagen. Das beschreibt wirklich ein unglaublich gutes Gefühl. Wortlos glücklich, schon seit Tagen. Wenn man einfach... Manchmal weiß man gar nicht, wo man glücklich ist. Und das ist das beste Glücksgefühl, finde ich. Wenn man gar nicht weiß, wo man glücklich ist, aber wenn man einfach glücklich ist. So sich richtig frei fühlt und gerade keine Sachen hat, die haben auf der Schulter lassen irgendwie. Ich finde es so sympathisch, wie sie da im Video einfach rumtanzt und sich frei fühlt und einfach... Keiner hat einfach eine schöne Zeit, da der irgendwie auch im Video. Beim Videodreh war bestimmt auch eine gute Stimmung, Mann. Wirklich schöner Song, Alter. Und auch der Beat, diese Beatpausen hier teilweise wirklich schön gesetzt, Mann. Schöner, schöner Song. Wirklich vom... Bis jetzt so der hellste, der leichteste irgendwie von Elim. Oh, halt auch dieses Ah, einfach. Nennt mal einen, der so ein schönes Ah machen kann. Ich warte. Ich warte, Jungs. Ich warte auf euch. Oh, schön. Nacht, okay. Nice, Mann. 7.8. 7.8. 2020, Leute. Ich freue mich sehr doll drauf. Ich freue mich sehr, sehr doll drauf. Kommt noch irgendwas am Ende? Nein. Okay. Ey, Freunde, das war Nacht von Elif. Nacht wahrscheinlich. Das war... Kann das bitte so bleiben von Elif. Und wirklich, wirklich, wirklich schön. So ein... Ich habe mit etwas ganz anderem gerechnet. Ich habe mit eher, ähm... Schwierig. Es hat so diesen selben Vibe so ein bisschen wie... Wieso tust du dir das an von Apache gerade? In Anführungsstrichen transportiert. Weil es eigentlich ja auch... Kann das bitte so bleiben, um was Negatives auch geht, weil man da wieder Verlustängste im Kopf hat. So würde ich es interpretieren. Kann das bitte so bleiben, wenn man den Moment an sich gar nicht so krass genießen kann, weil man im Hinterkopf immer fragt, fuck, kann das bitte so bleiben? Ich möchte nicht, dass das endet. Weil man schon wieder im Hinterkopf irgendwie Verlustängste hat oder Angst hat, dass irgendwas zu Ende ist. So würde ich das jetzt hier rausziehen. Weil warum sollte man sich sonst dauerhaft fragen, kann das bitte so bleiben? Sonst kann man ja einfach sagen, es ist schön, wie es ist so oder nice, dass es gerade so ist, so mäßig. Versteht ihr, was ich meine ungefähr? Und bei Apache, wie so zusteht ihr das an, hat auch einen eher positiven Vibe mit einem leicht negativ behafteten Thema irgendwie. Bei Apache noch ein bisschen mehr. Ich habe es jetzt gerade nur genommen, weil es mir als erstes in den Kopf gekommen ist. Aber ansonsten... Was heißt ansonsten? Ohne ansonsten. Ein wirklich schöner Song, Alter. Bis jetzt so der fröhlichste, leichteste irgendwie von Elif, den ich gehört habe. Und ähm... Ey, ich bin gespannt auf Nacht. Ich bin sehr, sehr gespannt auf Nacht, Freunde. Bestellt euch das Album gerne vor. Werde ich jetzt auch machen. Link dazu ist wie immer in der Beschreibung. Lasst auf jeden Fall nochmal einen Daumen nach oben, einen Kommentar bei Elif hier bei diesem Song da, damit es in die Trends kommt, Jungs und Mädels. Bitte versucht nachzudenken. Danke, Leute. Ansonsten würde ich sagen, seht uns mal in einem weiteren wunderbaren Video. Schreibt mir gerne einen Kommentar, wo ihr den Song fandet. Bleibt fresh, so wie immer. Und ciao.